Bands wie Gerd Silbermond, die Mighty Oaks, die Kraftklub, das sind alles unglaublich treue Kunden oder City. Das sind Leute, die ich seit fast 30 Jahren als Kunden habe. Das ist was unglaublich Schönes. Das gibt mir auch das Gefühl, wenn ich die so lange begleiten kann und die mich dafür in Anspruch nehmen, ganz anders gebraucht zu sein als das tägliche Geschäft, was hier schnell mal eben durchgeht. Tolles Gefühl. Das finde ich, das ist so wunderbar traditionell. Die suchen einfach einen Gitarrenbauer, zu dem sie gehen und mit dem, der sie durch ihr künstlerisches Leben begleitet. Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und wir sind heute wieder zu Gast beim Gitar-Doc. Ich freue mich ganz besonders auf das heutige Video, denn heute wollen wir vor allem mal über Geschichten reden beziehungsweise Geschichten von dir hören. Du hast mir eben schon erzählt, du bist jetzt seit 1987 selbstständig als Gitar-Doc. Als Gitar-Doc, ja. Und in der Zeit hat sich natürlich einiges angesammelt an Kundengeschichten. Du hast auch auf deiner Webseite eine ziemlich interessante Liste an Referenzen, sowohl nationale als auch internationale Acts, mit denen oder für die du schon gearbeitet hast. Und ja, über 37 Jahre gibt es natürlich das ein oder andere, den ein oder anderen Schwank, den du vielleicht erzählen kannst. Und ja, auf meine Bitte hin, ob du das nicht mal einfach für ein Video auspacken kannst, hast ja glücklicherweise zugestimmt. Und anfangen wollten wir mit einem, auch meiner Lieblingskünstler, und zwar Herbert Grönemeyer. Wie war das denn damals mit Grönemeyer? Herbert Grönemeyer, ein unglaublich sympathischer, routinierter Mensch. Und es gibt manchmal so Menschen, die kommen in den Raum rein und der ganze Raum ist erfüllt, aber mit, in seinem Fall, mit unglaublich viel Sympathie. Ich habe einen Anruf bekommen von dem Stage-Manager. Ich brauche das und das Teil für eine Gitarre. Okay, nachgeguckt, Schubladen abgezogen, habe ich da, komme vorbei, holst dir. Dann kam er, hat es geholt, hat es eingebaut, hat nochmal gesagt, ey, herzlichen Dank, alles super. Aber willst du nicht kommen? Wie, wohin jetzt? Ja, Herbert spielt heute Abend vorm Brandenburger Tor. Da dachte ich, komm, das ist aber jetzt eine coole Sache, da kann ich jetzt immer gar nicht Nein sagen. Ich bin also hingefahren. Da gab es vielleicht irgendwie ein Missverständnis bei denen. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass der Praktikant die Instrumente gestimmt hat mit dem Strohbotyp. Das muss man sich mal vorstellen, das ist doch ein Mist. Und er hat sie rausgegeben und die kamen sofort nach ein paar Sekunden wieder zurück, die Gitarin. Geht gar nicht. Ich wusste, woran es liegt, bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, du darfst die Gitarre nicht hinlegen, wenn du die bearbeitest. Sondern du hast die am Gurt und stimmst sie. Und dann gibst du die raus und dann ist alles gut. War da gemacht. Für ihn war der Abend gerettet. Und das schönste Erlebnis eigentlich war, bevor die auf die Bühne gegangen sind, haben die so einen Kreis geschlossen, wie das Fußballer so machen, haben sich ordentlich Mut zugesprochen und sind dann raus auf die Bühne und haben das Konzert gemacht. Und Herbert Grönemeyer sah, dass da irgendjemand ist, der da eigentlich gar nicht hingehört und das war Icke. Und da habe ich ein bisschen gewinkt, er hat zurückgewinkt, ist der ganze Gig da gewesen. Das war meine erste Begegnung mit Herbert Grönemeyer. Dann kommt Jahre später die Aufgabe, der hat eine neue Platte aufgenommen. Ganz kurz, wann war diese erste Begegnung ungefähr? Also ich glaube, dass das auf jeden Fall nach dem Tod seiner Frau war. Also so früher 2000er. Da will ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Also da habe ich ein etwas löchriges Gedächtnis, sagen wir mal. Dann haben wir für die Produktion seine neue Platte. Er ist immer im Hansa-Studio hier in Berlin. Und da haben wir 19 Gitarren und Bässe, haben wir alle Setup machen müssen, perfekt einstellen, mal einen neuen Sattel, alles das, was nötig ist. Und da wollte ich jetzt nicht, dass ein Fahrer die wieder abholt, sondern ich habe da immer gerne den direkten Kontakt. Da haben wir gesagt, weißt du was, wir fahren wieder hin. Dann sind wir ins Hansa-Studio gegangen, immer so einen langen Flur entlang gegangen. Und da saß er in einem Raum auf der rechten Seite, bei offener Tür, saß jemand am Klavier und hat gesungen. Wer war es? Herbert Grönemeyer. Und wie immer, so dran vorbei, so dran vorbei, so dran vorbei. Und dann guckt er irgendwann, nach was macht ihr denn hier? Er sagt, naja, bring halt die ganzen Instrumente für die nächste Produktion. Ach, das ist ja cool. Und dann gehen wir wieder weg und da sagt er, ich kenne dich. Oh, okay. Da sagt er, ich kenne dich. Ich habe dein Gesicht schon mal gesehen. Und das war vor dem Reistag bei dem Konzert, das waren vielleicht zehn Sekunden. Da habe ich gesagt, ja, wir sind uns schon mal begegnet, nicht Reistag vor dem Brandenburger Tor. Da sind wir uns mal begegnet. Habe ich mir doch gedacht. Also auch nach all den Jahren hat er sich noch an dich erinnert, obwohl ihr nur kurz einmal so euch zugewunken habt. Ja, irre. Das ist natürlich krass. Das ist wirklich krass, ja. Dann hatten wir den Job dort gemacht, dann war alles gut. Und dann kriegte ich einen Anruf von einem Freund von mir, der hat einen Bootsverleih. Und ich habe zu der Zeit mal was ganz anderes gemacht als den Gitarrenbau, sondern ich habe mir ein Boot aus den 20er Jahren gekauft, einen Backdecker, und habe den mit zwei Freunden hier vor der Tür komplett restauriert. Ein ganz schickes Ding. Also Stahlkörper, aber obendrauf alles feinstes Maragoni. Und das Boot lag immer, oder liegt auch heute noch, da in dem Hafen bei der Bootsverschatterung. Und dann kriegte ich von einem Freund einen Anruf und dachte, dein Boot wurde ausgewählt für ein Fotoshooting. Gut. Für wen? Ja, ein ganz Prominenter, kann ich jetzt nicht so sagen. Das ist nicht gut. Ich hätte das schon gern gewusst. Und dann kam er raus mit der Sprache, Grönemeyer, das hat er gebucht. Und da habe ich sofort gesagt, nö, den fahre ich selber. Da muss jetzt nicht ein anderer Käpt'n kommen. Habe ich das gemacht, sind die an den Steg gekommen. Ich stehe da so am Steuer und Herbert Grönemeyer guckt wieder. Das war eine ganze Entourage. Wir waren letzten Endes auf dem Boot, glaube ich, mit acht Leuten. Und da sind wir acht Stunden gefahren, über den Mögelsee drüber, ich sprehe wieder runter, dann in den Landwehrkanal rein. Und irgendwann kurz vor der Cottbusser Brücke, da sollte Herbert dann aussteigen, da kam er zu mir und sagte, ich kenne dich. Ich sagte, Herbert, jetzt helfe ich dir gerade auf die Sprünge. Brandenburger Tor, Studio, das gibt es doch gar nicht. Was machst denn du hier? Er sagt, naja, du hast dir mein Boot ausgesucht. Das habe ich mal irgendwann, und dann Gefichten erzählt. Und da kam ich total entschwärmen. Und der ist so unprätiziös, wenn der arbeitet. Der ist so entspannt, das ist so eine tolle Atmosphäre. Und dann ist er dann ausgestiegen und hat gesagt, du, ich komme mal vorbei, ich gucke mir das mal an, ich gucke mir deinen Laden an. Hat er leider bis heute noch nicht gemacht. Aber es gibt davon, von dem Fotoshooting, gibt es ein Bild. Und ich glaube, da ist auch die Produktion draufgeschrieben. Und es hat was mit Verkehr? Schiffsverkehr. Schiffsverkehr. Darum haben die das Boot genommen. Und da ist das Foto im Stern oder im Spiegel ist das groß abgebildet worden. Leider ohne mich, nur Herbert. Aber das war die nächste Geschichte mit ihm. Und auf die nächste bin ich jetzt auch wieder gespannt. Mal gucken, wann er wiederkommt. Aber du meinst, da kommt noch einer. Da bin ich ziemlich sicher. Weil ich, wenn ich einem Menschen dreimal auf völlig zufällige Art und Weise begegne, dann kommt da noch was. Sind wir sicher. Wahnsinn. Ja, die Herbert-Grünemey-Geschichte hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt. So unter uns, da kamen wir auch drauf, dass das eigentlich eine zu gute Geschichte ist, um sie nicht einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Erzähl doch mal was über die Red Hot Chili Peppers. Da war ich noch in der Pariser Straße, habe da so eine kleine Werkstatt gehabt, angegrenzt an den Musikgeschäften. Und da kommt irgendwann einer rein, lange Haare und derartig auf Energie. Tom, 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 Tore einmal fährt und dann, hey man, I can't get this fucking Tremelo in tune. Also das Tremelo kriege ich, ich kann es nicht spielen, das geht dauernd irgendwie aus der Stimmung raus. Ich habe gedacht, okay, lass mal da. Und dann habe ich überlegt, warum eigentlich ein Vintage-Tremelo nicht stimmstabil ist. Damals gab es schon Floyd Rose. Bei einem Floyd Rose wird hinten die Seite abgekattet und vorne am Sattel auch. Die haben ja diese Klemmnads dran. Wie kann ich das jetzt herstellen, dass ich die ganzen Reibungen, die da stattfinden, ausschließen kann? Das waren 24 schlaflose Stunden. Also die Nacht durchgemacht, mir derartig den Kopf gemacht. Und dann habe ich das irgendwann tatsächlich rausgefunden, woran das liegt. Dieses Tremelow wird heute hergestellt von einer Berliner Firma. Und wir haben uns gegenseitig da befruchtet. Die haben auch schon einiges rausgefunden. Ich habe es auf jeden Fall rausgefunden. Dann kommt er am nächsten Tag. Und wir hatten beide diesmal solche Ränder unter den Augen. Aber aus, glaube ich, sehr unterschiedlichen Gründen. Und hat sie gespielt und hat gesagt, Man, what the fuck, you did it. Jo, da bin ich auch ordentlich stolz drauf. Und dann hat er gefragt, ob ich nicht abends kommen will zum Konzert. Dann hat er gesagt, ja, was für ein Konzert? Und er hat gesagt, ja, hier unsere Band. Wir sind in Quasimodo. Red Hot Chili Peppers in Quasimodo. Da bin ich da hingefahren. Da waren vielleicht 50 Leute. Diese Musik, sowas habe ich noch nie vorher gehört. Das war wirklich was komplett Neues. Das war so energiegeladen. Das war wirklich der absolute Knaller. Hatten wir wirklich die Birne weggeblasen. Und dann habe ich das erst später. Sind die eigentlich richtig berühmt und bekannt geworden? Da muss man sich vorstellen, das ist das erste Konzert, was die in Berlin hier gegeben haben, in Quasimodo. Da war ich dabei. Schön Geschichte. Also es gibt manchmal so einfach Geschichten, die mein Leben bereichern. Ja, Chili Peppers waren ja damals mit Hillis Lovac noch viel funkiger, funkiger als dann später. Also sie waren ja immer noch funky, aber das war schon alles sehr viel roher, die ersten Alben. Genau, darum hat es mir auch so die Birne weggeblasen. Die sind da rumgehüpft auf der Bühne, sowas habe ich einfach vorher noch nie gesehen. Und dann aber auf den Punkt funky. Wahnsinn. Du hast so eine ganz skurrile Eric Clapton-Geschichte, die ich gerne nochmal hören will. Skurril war die für mich, weil ob das für andere so war, kann ich jetzt nicht so sagen, aber ein Kunde von mir, der hatte die Idee, zehn Geschäftsleuten anzubieten, dass die hier zu mir in die Werkstatt kommen und ich denen die Gitarre von Eric Clapton erkläre. Er hat noch eine besorgt, ein Eric Clapton-Modell. Und das habe ich dann hier gemacht. Den Jungs mit Flips und Kragen habe ich das irgendwie erklärt, das Ding. Und dann sind wir rüber in die, damals hieß das noch die O2 World, und sind in so eine sterile Lounge reingegangen. Gab es Currywurst und Bierchen und wir haben eigentlich hinter Glas das Konzert angeguckt. Also der Sound war super. Ist egal, wo du warst, der Sound war immer gut. Aber da dachte ich, ach nö, das ist jetzt irgendwie, jetzt könnte ich auch eigentlich nach Hause gehen. Und dann holt Eric Clapton seine Akustikgitarre raus. Da stand mir die Armhaare so hoch. Was der darauf macht, das ist für mich eigentlich Eric Clapton. Das ist vielleicht für viele Leute ganz anders, die seine Songs mit der Strat alle gut kennen. Mir hat das einen unheimlichen Kick gegeben. An der Akustikgitarre ist der Mann großartig, unverwechselbar, ganz toll. Du kennst Alexander Hacke. Hacke, ja. Wie lange ich den jetzt kenne, das weiß ich gar nicht. Ewig. Der macht ja nicht nur die Neubauten bei den Neubauten, sondern der macht auch mit seiner Frau Danielle noch ganz eigene, ziemlich freakige Projekte. Da gehe ich eigentlich ganz gern hin, weil die sind sehr ungewöhnlich, unorthodox und sehr fast Dona-artige Musik machen. Die ist so ganz schwerfällige, träge, experimentelle Musik. Der ist sehr vielseitig. Und der lässt seit Ewigkeiten seine Instrumente bei mir machen. Und irgendwann hat er mich eingeladen in die Columbia-Halle. Und dann habe ich gesagt, ja, komme ich. Kein Ding, gucke ich mir mal wieder an. Das waren aber die Neubauten. Und dann habe ich aber irgendwie an dem Tag gedacht, heute Abend Columbia-Halle, weiß nicht, den sehe ich sowieso öfter. Und habe dann noch einen Kunden, der hier war, der extra nach Berlin gekommen ist, um dieses Konzert zu sehen. Den habe ich noch angeboten, ja, will deine Frau nicht vielleicht mit? Ich habe da heute Abend freien Eintritt. Und der hat Gott sei Dank Nein gesagt. Weil ich komme da rein in die Columbia-Halle, stehe da so eine halbe Stunde vor einem Gig und dann kommt über Lautsprecher eine Ansage. Der Gitter-Doc, ob der denn da wäre, er möchte doch mal bitte hinter die Bühne kommen. Da habe ich gesagt, ups. Und dann gehe ich hinter die Bühne und dann kommt Hacker mir entgegen im Bademantel und sagt, Mensch, Lutz, super, 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 dass du gekommen bist. Ich muss dir mal was zeigen. Da ist bei dem Transport, auf dem Flug nach Berlin, ist an seinem Thunderbird-Bus Kopf abgebrochen. Jetzt musste ich nicht in den Laden schnell irgendwas holen für ihn. Er hat sich selber den Ersatz besorgt. Aber ich durfte mir das dann angucken. Ich durfte mal eben abends auch ein bisschen arbeiten. Aber ich glaube, wenn ich da jetzt nicht hingegangen wäre, das wäre aufgefallen. Und zwar äußerst unangenehm. Also da hätte ich nochmal Schwein. Hast du gerade nochmal Glück gehabt. Und gutes Konzert. Ja, Neubauten muss man mögen. Aber wenn man so mag, es ist so durchdringend. Es ist so kraftvoll. Und auch immer experimentiert freudig. Der Gitarrist hat mir mal irgendwann gesagt, ich bin kein Gitarrist, ich spiele bei den Neubauten. Ja, super. Machen mehr so Sound. Die machen Sounds. Das würde ich auch nie sagen, dass das Old Fashion ist. Sondern das ist immer modern. Du musst es nur mögen. Wieder bei mir der Klassiker. Kommt jemand rein, bringt eine kaputte Gitarre an. Das war eine Gibson-Akustik, eine schwarze. Und dann sagte man mir nur, die Sängerin, die dieses Instrument spielt, die sagt, da ist der Voodoo drin. Okay, okay, okay. Wer ist das denn? Nina. Ah, okay. Dann verstehe ich das jetzt. Gitarre auseinandergenommen. Und da war an dem Pickup-System Kabel abgerissen. Oder so hing doch am letzten Faden. Und so Kleinigkeiten, die ich alle dran gemacht habe. Und dann, weil die hier ihren Übungsraum in Kreuzberg hatte, habe ich mich natürlich auch wieder nicht nehmen lassen, zu sagen, hey, die bringe ich selber. Dann bin ich da hingegangen. Da saß die Band auf Sofas oder so alten Sesseln. Wie immer. Es geht ins Souterrain. Souterrain oder noch ein tiefer Fenster gibt es hier nicht. Brauchen Musiker nicht, sondern alles schön. So eine Kelleratmosphäre. Und dann saß die Band da und sagte, was, das gibt es doch gar nicht. Du kommst hier persönlich hin, wieso das denn? Da wusste ich gar nicht, dass die mich kannten. Wenn ich es mit Promis zu tun habe, dann kriege ich eigentlich einen trockenen Mund und dann werde ich eigentlich sehr kurzsinnig. Weil ich kriege da irgendwie so ein bisschen, ja, habt ihr eine Hemmschwelle? Und da habe ich in dem Augenblick wieder ganz deutlich gespürt. Und dann kommt Nina um die Ecke und sagt, Ahu, wer bist du denn? Ja, ich bin der Lutz, der Gitterdog. Ach, das ist ja toll. Und ja, ich habe den Voodoo aus deiner Gitarre rausgeholt. Das hast du geschafft. Super. Abgegeben. Den Jungs noch mal Tschüss gesagt und dann wieder nach Hause. Aber eigentlich einfach eine schöne Geschichte. Nina zu begegnen, das ist auch nicht ganz so. Sagen wir es mal so. Aber wenn du bei Promis einen trockenen Mund kriegst, ist es ein guter Kompass zu wissen, dass ich kein Promi bin. Ja. Wir beide machen das. Die gut. Elements of Crime. Würde ich gerne noch was zu wissen. Sven Regner ist mir so einer meiner liebsten Kunden, die hier reinkommen. Weil dann brauche ich mich nicht mehr arbeiten, sondern wir erzählen uns eins. Mit dem kannst du über Gott und die Welt reden. Der hat so einen unglaublichen präzisen und klaren Art, sich auszudrücken. Das ist echt faszinierend. Und ich habe immer schon so eine Instrumente gemacht. Das sind oft alte Kretsch. Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, er bräuchte mal eine Backup-Gitarre, die zuverlässig ist. Und dann habe ich ihm unsere Franklin gezeigt, weil er gerne Hollow Buddies spielt. Und er hat gesagt, ja, die ist ja schön. Sowas ist ja richtig toll. Ja, Sven, wenn du magst, bauen wir dir eine. Ja, dann mach doch. Der hat nicht mehr nach dem Preis gefragt. Dann haben wir ihm die gebaut. Dann habe ich sie ihm gegeben. Der war happy. Ist er ja bis heute. Heute ist es eigentlich eher so, dass es nicht mehr die Backup ist, sondern dass er die etwas hauptsächlich spielt. Ah, okay. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich denn auf Facebook das posten könnte. Und er hat gesagt, nee, das war unser Deal. Ich zahle bei dir hier einen vollen Preis. Ich will keinen Promi-Rabatt haben, kein Endorsement oder irgendetwas. Aber dafür möchte ich nicht, dass du mit mir oder mit dem Instrument dann Werbung machst. Das finde ich, das ist so wunderbar traditionell. Die suchen einfach einen Gitarrenbauer, zu dem sie gehen und mit dem, der sie durch ihr künstlerisches Leben begleitet. Und wenn die dann sagen, ich möchte gern von dem auch ein Instrument haben, aber nee, nee, Rabatt und so will ich nicht. Das ist natürlich, das ist nochmal was anderes. Also so wie Bands wie Gerd Silbermond, die Mighty Oaks, die Kraftklub. Das sind alles unglaublich treue Kunden. Oder City. Das sind Leute, die ich seit fast 30 Jahren als Kunden habe. Das ist was unglaublich Schönes. Das gibt mir auch das Gefühl, wenn ich die so lange begleiten kann und die mich dafür in Anspruch nehmen, ganz anders gebraucht zu sein als das tägliche Geschäft, was hier schnell mal eben durchgeht. Tolles Gefühl. Und Kraftklub zum Beispiel, das sind Silbermond auch, Mighty Oaks auch, genau. Das sind oft Bands, die für die nächste Tour, die nächste Platte, sich ein Instrument bauen lassen, was dazu passt. Bei Kraftklub war das mal schwarz und dann war es mal weiß oder vielleicht auch umgekehrt. Und dementsprechend haben die die Instrumente bekommen. Das haben wir eigentlich häufig, dass wir solche treuen Leute haben, die wir dann auch noch mit dem Instrument in ihrer Arbeit unterstützen können. Das ist natürlich für uns auch eine sogenannte Double-Win-Situation. Das ist natürlich für uns auch toll. Du meinst auch mal, Alligator spielt auch eine Luke-Gitarre? Ja, Alligator hat sich von uns auch eine bauen lassen. Und wir sind Helden, hatte ich auch immer noch im Hinterkopf, dass die auch ab und zu mal hier reinschneiden. Ja, die Judith Holler Fairness, die ist eigentlich seit Anfang an, seitdem die was macht, ist die hier gewesen. Die hat dann nach einem Endorsement gefragt. Und zu der Zeit war ich aber so drauf, dass ich Endorsements überhaupt nicht haben wollte. Das ist bei mir manchmal so und manchmal so. Aber da konnte ich mich mit ihr leider nicht einigen. Aber sie hat schöne Instrumente sonst von mir gekauft. Ich habe ja auch noch so damals noch so Vintage-Gitarren gehabt. Weiterer großer Name, den ich auf deiner Liste gefunden habe, ist Joe Bonamassa. Da kommen hier so ein Zehn vor Eins, kommen hier drei Amerikaner rein und sagen, hey, there, how's it going? Ob sie sich mal umsehen können? Ich sage, klar, mach doch. Aber ich mache jetzt gleich Mittagspause. Da gucken sie sich ein bisschen um. Damals hatte ich den ganzen Laden noch voll mit Vintage-Gitarren. Joe Bonamassa ist ja ein totaler Vintage-Gitarren-Sammler. Ja, na ja, und dann sind die Jungs, da wollten die hier so raus. Dann habe ich gefragt, und wo spielt die heute Abend? Oder spielt die heute Abend und wo? Na, haben sie das erzählt? Haben sie sich noch ein bisschen hier rumgelaufen? Und ich habe während der Zeit mal schnell ins Handy geguckt und wer hier eigentlich wo heute Abend spielt? Und dann sind die aber raus. Und ich habe gesagt, ja, ja, tschüss, alles gut. Also völlig entspannte Leute. Und dann habe ich gesehen, das kann nicht wahr sein. Joe Bonamassa habe ich rausgerannt, habe sie gerade noch erwischt, bevor sie auf die Straße gegangen sind und habe mich da bei ihm entschuldigt und gesagt, ey, es tut mir leid, ich habe dich einfach nicht erkannt. Und er sagte, dafür musst du dich doch nicht entschuldigen. Das ist doch alles super. Und er sagte, los, kommt wieder mit zurück. Dann haben wir hier bis drei Uhr, hat er hier alle Instrumente durchgespielt und er hat mir gesagt, was ich hier hängen habe. Da hat er mir gezeigt, wie man von außen erkennen kann, ob die Pickups genau zu der Zeit passen oder nicht. Er hat eine Polepiece-Schraube reingedreht und hat gesagt, das muss mehrlagig sein hier, da, jetzt kommt das Weiße und wieder hochgedreht. Lauter kleine Details. Also ich hatte Glück, dass wirklich fast alles absolut original war oder wenn es das nicht war, dann wusste ich auch darum Bescheid. Aber von dem habe ich ganz viel gelernt. In diesen zwei Stunden, also da war mir mein leerer Magen auch egal. Da sind die hier raus, alles happy und da habe ich ein halbes Jahr später einen Anruf bekommen vom Journalisten, der gesagt hat, der Joe Bonamassa ist wieder in Berlin oder vielleicht was, ein Jahr später. Der hat sich ausgedingst, dass er ein Interview, was ich mit ihm machen soll, dass das bei dir im Laden sein soll. Alles richtig gemacht damals. Und dann haben die das hier gemacht, haben ein Interview mit ihm gemacht. Da gibt es auch ein paar Bilder von, die ich auch veröffentlichen darf. Das ist ja auch immer nicht ganz so einfach. Da hat eine grüne Franklin gespielt und er selber hatte einen Parker in den grünen. Das war schon ziemlich Knorke. Ich merke immer, je berühmter die Leute sind, desto entspannter sind die. Das ist jetzt mal eine Theorie, die ich aufstelle, aber meine Erfahrung ist die, oh ja, darf ich noch? Oh, warte, da fällt mir was ein. Eine, darf ich? Oh, unbedingt. Eine Geschichte von Bruno. Bruno hat gespielt bei Messio Parker. Messio Parker ist von den, die Breaker Brothers, die haben bei, nicht Johnny Gitter Watson, sondern bei James Brown, haben die die Blazer-Section gemacht. Und der Messio Parker ist dann aber immer wieder hier in Berlin, alleine in relativ kleineren Clubs, ist der aufgetreten, weil die Amerikaner, also mir ist das mal passiert, dass ich in New York war und mit ein paar Freunden haben gesagt, komm, los, wir gehen mal irgendwo hier ein Bier trinken, das ist ein cooler Club, da gibt es auch immer Live-Musik für Umme. Da sind wir da reingegangen, da stand da Don Cherry, ein Trompeter. So was hast du da immer gehabt. Aber eigentlich kommen diese Leute oder sind ganz viel nach Berlin gekommen und dann nach Europa und hier haben sie ihr Geld verdient. Hier waren die super berühmt und da drüben waren die einfach gut. Und dann war ein Gitarrist dabei, der Bruno, der, also die kamen immer wieder zu mir und Bruno hat dann gesagt, ja, ich habe dir ja letztes Mal schon angekündigt, ich bring dir mal eine Stratt, die muss neu bondiert werden. Hatte ich ihm da mal zugesichert, aber ich wusste nicht, dass der ein Ahrhorn im Griff britt hat und das muss mal eben auch neu lackiert werden. Und ich hatte zwei Tage Zeit. Und damals hatte ich noch nicht mal eine Spritzkabine, da habe ich noch auf dem Klo die Sachen lackiert. Witzig. Und dann habe ich das gemacht, habe die Arbeit gemacht und dann hat Bruno gesagt, ey, ich bringe sie dir abends in den Club, kannst du spielen. Dann bin ich da hin, Gitarre hingebracht und dann habe ich gedacht, oh Mann, der Lack war fast noch klebrig, Nitrolack aus der Dose. Der war noch, also der war eigentlich klebrig. Ich habe eigentlich da gestanden, habe mir das Konzert angehört und habe gedacht, der muss doch mal irgendwann jetzt sagen, das ist ja unspielbar eigentlich. Also ich meine, die Bundierung ist gut, das ist alles gut, aber der Lack hat eigentlich noch fast noch geklebt. Nö, kam kein Kommentar, aber in der Pause hat Bruno gesagt, ey, komm mit mir hinter die Bühne. Messio Parker. Für mich war James Brown, für mich war das A und O gewesen. Und wer sitzt da? Messio Parker, diese ganze Band da. Und da hat mich Bruno vorgestellt, das ist der Gitter-Doc und der hat meine Gitarre gemacht. Und dann Messio Parker, also ich wieder furztrockenen Mund zugeschweißt und dann sagt Messio Parker zu mir, ach, wenn du die Gitarre machen kannst, kannst du den Bruno nicht auch noch fixen? Und da habe ich keine Antwort rausgekriegt. Also war einfach, ja, mein übliches Ding. Aber das war auch so eine, das mit Sicherheit war eine Begegnung, die ich nie wieder vergesse. Ich hinter der Bühne bei Messio Parker mit einem trockenen Mund. Naja, so ist das manchmal. Heute ist es angenehmer. Ich bin ja auch kein Star-Gitarrist, wie zum Beispiel der Nächste, über den ich was wissen will, und zwar Aldi Miola. Aldi Miola. Aldi Miola habe ich nicht persönlich kennengelernt, das muss ich mit dazu sagen, aber ich habe trotzdem ein einschneidendes Erlebnis. Da wurde mir von einem Boden, in meiner alten Werkstatt war das noch, wurde mir eine Gitarre gebracht, eine Ovation. Dann habe ich die in die Hand genommen, wie ich das immer mache, alles schön ordentlich durchprüfen, und da habe ich gedacht, der will mich jetzt veräppeln. Die Seitenlage war 0,5 und die Seiten waren 0,8er. Und dann habe ich gesagt, naja, was soll ich denn jetzt an der Gitarre machen? Also da könnte man mal die Bünde abrichten, das wäre alles. Go for it. Mach das mal, alles gut. Mach, was du willst. Mir wurde nur gesagt, die muss zu einem Gitarrenbauer. Dann habe ich natürlich gefragt, wer ist denn das? Und dann war es Aldemi Olau, der eine Ovation mit 0,8er-Seiten und einer 0,5er-Seitenlage spielte. Genau das Gegenteil passierte mir dann ein Jahr später. Dann kommt Larry Correale, der S-Gitarist. Und der kam an, und der hat eine Seitenlage von 1,5 Zentimetern. Der kam gerade aus den Tropen. Und jetzt kommt er wieder zurück und das ganze Zeug hat sich derartig verzogen, dass ich da eigentlich mit Setups konnte ich das wieder richten, das Ganze. Aber was mich total gewundert hat, ist, dass der auf diesen Instrumenten überhaupt Konzerte spielen kann, dass der überhaupt, dass man überhaupt darauf spielen kann. Bei Aldemi Ola war mir klar, irgendwie mit einer 0,8er-Seite, einer 0,5er-Seitenlage, der spielt so schnell, dass der Ton ja auch nicht ausklingen muss. Aber bei ihm hier, da müssen die Töne ausschwingen. Das heißt, was für eine Kraft muss der in der linken Hand haben, um die überhaupt runterdrücken zu können. Und auch so ein ganz liebevoller Mensch, ganz open-minded, kommt rein, hey, wie geht's, alles gut? Und so, nice to be here. Und habe ihm das auch innerhalb eines Tages, habe ich die drei Gitarren für ihn eingestellt. Da habe ich leider verpennt, nach einem Konzert zu fahren. Du hast mir noch eine Mauergeschichte versprochen. Also ich bin früher gerne um Berlin drumherum mit dem Rad gefahren und bin auf jeden Hochsitz, um rüberzugucken, als es die Mauer noch gab. Und haben natürlich viele ausgenutzt und haben dem Vorbos da irgendwie einen Stinkefinger gezeigt und dann haben die irgendwie veräppelt oder sonst wie. Aber ich fand das einfach spannend. Diese Stadt hatte durch diesen Mauerstatus was ganz, ganz Ungewöhnliches. Und die Künstlerszene, die hier war, die war jetzt nicht gefördert, sondern die war dadurch gefördert, dass die Mieten so günstig war, dass das Food so günstig war und dass du überall noch was besetzen konntest, wo du entweder drin gewohnt hast oder damals war es unglaublich en vogue, Läden, die geschlossen haben, da drin zu wohnen und dann Kunst zu machen am Schaufenster oder auch Liebe zu machen am Schaufenster. Das war einfach eine durchgeknallte Stadt. Da habe ich noch als Verkäufer in diesem Laden gearbeitet, indem ich mich 87 als Gittertalk selbstständig gemacht habe. Wo war das? Pariser Straße. Achso, also der, das Ladengeschäft war. Klingeltes Telefon. Ein unglaubliches Geräusch am anderen Ende. Hallo? Ja, hier auch hallo. Nein, ich bin's. Falke. Ne, Falke. Okay. Ja, sag mal, habt ihr schon das GP8 da? Dieser Typ hatte, bevor wir das im Westen hatten, hatte der schon das neuste Gitarre und Bass. Und dann hat er mir die ganzen Fragen gestellt und das ging dauernd so. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wie wäre ich, wenn ich mal rüberkomme? Weil mich hat das einfach interessiert, wie sieht es da eigentlich da drüben aus? Nicht nur auf diese Plattformen steigen und rüber gucken, sondern wie ist es da eigentlich? Ich meine, du konntest von den Plattformen aus die Trabis fahren sehen, in Bad Burg. Du hast dieses Grau wahrgenommen und diesen Geruch nach Braunkohle. Das war also fast durch die Mauer fast geteilt, bis auf später hier in Kreuzberg, wo die Wolken dann rübergezogen kamen. Da hast du echt die Hand vor Augen nicht gesehen, weil die ihre Rufen da geheizt haben. Ich wollte unbedingt da rüber. Und da hat er gesagt, ja, mach doch. Da musste man noch in so ein Büro gehen und musste es 25 Euro Eintritt zahlen. So habe ich das genannt und da kriegst du es einen Stempel. Marc wahrscheinlich. Marc. kriegst du es einen Stempel und mit dem Stempel konntest du an einen ganz bestimmten Grenzübergang gehen, nicht überall hin. Da hat er mich da abgeholt. Und dann sind wir zu ihm einmal durch die Stadt gefahren, nach hier vorne hin, eigentlich gleich um die Ecke. Görlitzer Park, die Verlängerung, da ist ja der Landwehrkanal und dahinter kommt dann, war der Mauerstreifen und dahinter die Karl-Kunger-Straße. Also ich hätte rüberwinken können. So nah hat er an mir drangewohnt. Dann hat er mir das gezeigt und seine Wohnung und er hatte eine große Glotze. Also eine Glotze. Für damalige Verhältnisse. Für damals überhaupt eine Glotze zu haben. Der hatte Telefon und er hatte auch Tivo-Kaffee. Der muss also Connections gehabt haben. Dann haben wir uns im Unterhalten und dann sind wir mal essen gegangen. Essen gehen hieß immer, Schlange stehen ohne Ende. Und dann irgendwann kamst du dran und hast halt einen Schnitzel, ihr kriegt mit Leipzig allerlei. Das sind Erbsen und Möhren und ein bisschen Kartoffeln dazu. Mit ihm nicht. Wir sind bei einer Schlange vorbeigegangen. Der hat mit den Leuten irgendwie ein bisschen geschnackt und zup, waren wir drin, haben gegessen. Für vier Mark oder so. Also die 25 Mark Eintritt auszugeben, war ja nicht so einfach. Und dann sind wir so ins Plaudern gekommen. Und ich bin da immer wieder mal rübergefahren. Und dann hat er irgendwann gesagt, kannst du mir eigentlich nicht mal so ein GP8 oder sowas mitbringen von Roland, so ein 19 Zoll Effektgerät. Und ich habe gesagt, na ja, klar, aber wie soll ich denn das machen? Und dann hat er gesagt, na ja, bring es einfach rüber. Kannst du mir ja besuchen, bring es mit. Ich gebe dir das Geld und dann nimmst du das Geld wieder mit zurück. Das habe ich gemacht. Ich habe da manchmal Sachen rüber geschafft und bin zurückgegangen und hatte das Geld zwischen Strumpf und Schuhsohle. Wie hast du es rübergekriegt? So. Also ich meine die Sachen auch. Die Sachen, das habe ich anders gemacht. Da habe ich einfach einen Aufkleber drauf gemacht und so, dass das nach was Gebrauchtem aussieht. Und da habe ich gesagt, hier, wir haben GP8 gebraucht und da haben die mich da durchgelassen. Ich frage mich bis heute, warum das alles so reibungslos lief. Aber das muss ich ja auch jetzt nicht wissen. Auf jeden Fall haben wir das ein paar Mal gemacht und dann sagt er, ja, aber jetzt bräuchte ich mal ein bisschen was Größeres. Und dann hatte er einen Freund, der war von Geburt an schwerbehindert. Der war eigentlich zusammengenäht. Der hat sich kaum bewegen können, der war auf Krücken, der war ganz klapprig und wackelig auf den Beinen. Der kam dann in einem sogenannten Schmerz Cedis. Das ist ein Duo. Ein Duo kennen vielleicht noch ein paar Leute. Das ist so ein Dreirad. Das hat an der Seite einen Motor, so einen Zweitakter, so ein Stinke-Ding, irgendwie so ein Verbrennermotor. Und den hatten damals nur Schwerbehinderte und Rentner. Und Rentner durften rüberfahren und Schwerbehinderte eben auch. Also der Thorsten, der durfte mal rüberfahren, haben wir die Sitzbank hochgeklappt, Zeug unten drunter, Sitzbank wieder drauf und dann hat er die Sachen rübergebracht. Und ich bin ein paar Tage später hingefahren, habe das Geld geholt. Und zu dem Falk habe ich bis heute Kontakt. Das ist ein total netter Kerl, der wohnt jetzt hier auch wieder in der Nähe von mir hier, von der Werkstatt und macht bis heute Musik. Auch so ein ganz quirliger, kleinerer Typ eher, ganz quirliger, der schreibt Songs für Orchestren um. Und dann ist er unterwegs. Jetzt war er, glaube ich, mal auf einem Kreuzfahrtschiff, war mit einer Brasilianerin zusammen, hatte der auch so ein Programm, was er gemacht hat. So ein Gitarrist von der alten Schule, der wusste einfach genau, was er spielt. Der hat das Instrument studiert, konnte eben arrangieren. Das war so ein richtig, oder ist ein richtig geschulter, guter Gitarrist. Und der Kontakt ist bis heute da. Die Gitarre, die er hat, die bundiere ich immer noch alle drei oder vier Jahre, weil der ist derartig unterwegs auf dem Ding. Und das ist bis heute geblieben. Ganz tolle, ganz schöne, unglaublich lange Erinnerung. Ja, manche Geschichten bereichern mein Leben. Ja. Dein Kundenstamm ist natürlich noch ein bisschen länger. Ich habe auf deiner Website ganz viele super bekannte und interessante Namen gefunden. Jetzt die Ärzte allen voran. Natürlich auch ein bekannter nationaler Act, also ein deutscher Act. Aber du hattest schon im Vorfeld erzählt, das sind zwar Kunden, die kommen auch immer wieder, aber da gibt es jetzt keine so spannenden Geschichten. Und ja, erst mal vielen Dank, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Danke fürs Zubehören. Ja, ich fand alles hochspannend. Vor allem die Geschichte mit Falke hat mir sehr gefallen. Und ja, vielen Dank, Lutz. Es war wieder eine sehr kurzweilige Zeit. Danke für die Storys. Und ja, wenn ihr Bock habt, noch mehr Videos mit Lutz sowohl zum Gitarre einstellen. Wir haben auch mal ein kleines Interview gemacht, wo es auch mal so ein bisschen um deine Arbeit als Gitar-Doc ging und die Vergangenheit, die du mit dem Laden hier auch hast. Die Videos gibt es alle in der Videobeschreibung. Und dann hoffentlich bis ganz bald. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020